Ein starkes Konzept ist nichts wert, wenn es nicht starke Partner hat. Ohne auch privatwirtschaftliches Engagement ist das Ziel der Ernährungssicherung für Afrika nicht zu erreichen. So this is really an opportunity to really gain from the experience so that we can build our own also african local private sector. Afrika is the future of Europe. Untertitelung des ZDF, 2020